Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 13 Let's Play Part. Und wie im ersten Part angekündigt, werde ich nach 5 Spieltagen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Heute haben wir die Eintracht Braunschweig zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Und jetzt kommt die Aufstellung vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor mit Nummer 1. Tobias Sippel. 2. Jan Simonek. 3. Leon Jessen. 4. Ariel Borysiuk. 6. Matthias Abel. 8. Mohamedu Idrisou. 9. Alexander Baumjohann. 10. Albert Bunyaku. 21. Pierre De Witt. 23. Florian Dick. 39. Hendrik Zuck. Die Ausstellung vom Eintracht Braunschweig. Im Tor mit Nummer 26. Daniel Davari. 3. Ermin Bicakcic. 5. Benjamin Kessel. 6. Damir Fransic. 7. Björn Kluft. 10. Mirko Boland. 17. Kevin Kratz. 19. Ken Reichel. 20. Sheng Shengtong. 25. Marcel Koya. Und sein Reich. Dennis Krupke. Und mal wieder ein Freistoß zum Aufwärmen. Oh, der war gut diesmal. Und Feier. Oh, der ist drin. Egal. Herzlich Willkommen im Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern zum zweiten, dritten Spieltag der zweiten Fußball-Bundessieger. WSFC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig. Die taktische Formation vom WSFC Kaiserslautern ist ein 4-2-3-1-System. Braunschweig spielt ebenfalls in 4-2-3-1. Anpfiff zum dritten Spieltag. Braunschweig eröffnet es. Gut abgefangen von Idrisou. Mag gucken, ob ich irgendwie was merke, dass der Schwierigkeitsgrad erhöht ist. Und Idrisou. Verhalten. Gut Jaco und Tor. Dritte Spielminute. Der jetzt der FC Kaiserslautern geht in Führung. So geht's drauf. Nur so. Jawohl. Gut gemacht. Ab. Boris Juk. Baumjohan. Auf die rechts aus. Zu Florian Dick. Zurück zu Baumjohan. Und weiter. Boris Juk. Do it. Jessen. Macht das Spiel schnell. Flanke. Aufwitz. Schön aufgefangen. Tabari. Schlägt auf auf. Scheng Scheng Hong. Schön drangeblieben von Idrisou. Und er kommt die über rechts. Flanke. Auf Brunyaku. Ah. Die Flanke zu weit geschlagen ist. Braunschweig. Die Flanke zu weit geht's. Die Flanke zu weit geht's. Scheng. Scheng tog. Die Flanke zu weit kennt's clennen. Das ist komplett zu weit. Dieser ist zu weit. Die Flanke zu weit weg. Die Flanke zu weit weg ist. Die Flanke zu weit. Ein Abstoß. Eh, was ist dann jetzt? Wie gelb. Dafür gibt es gelb? Guck, da hast du Kündige duscht. Blöder Schiri, du. Das ist doch kein Gelbkart. Wenn ich jetzt in die Beine richtig reingeferst wäre, hätte ich es ja verstanden. Da darfst du noch nicht mal in ein schöner Zweikampf gehen. Zum Kopfschütteln. Bambunyaku! Bambunyaku! Und Idrissou, Hermann ist am 2-0-Rei. 28. Minute. Schöner Querleger von Bambunyaku. Eiskalt in den Winkel. Eiskalt in der 27. Minute. Mit der Nummer 8. Moabadu, Idrissou. Idrissou. Guck, da war ein Schostum. An alle Spiele des FC Kaiserslautern. Berühren ja niemals die Spieler von Braunschweig. Gibt es weder Gelb oder Elfmeter. Sind wir im Softball oder was? Ich bin hier, ich bin hier. Und jetzt. Ich bin hier, ich bin hier. Auf! Hier, hier, hier! Sohn-Düchsburg-Kick-Varrieren-Regensburg mit einer 1.0-in-Führung. Baum-Johann. Auf! Hans-Schitsch. Guck, gut. Komm, nachher! Hey! Scheng-Shing-Dong. Und Simonik guckt sich den Ball. Und Bunyaku. Und wieder. Hendrik zurück und... Tor! Ganz sicher ins untere Eck. So kann man noch mal ein Digestad-Z-Band. ...und... Full-Halbzeit. So, Halbzeit ist jetzt drei, zehn. Solst-Dieswig sind mir schön die Seiten. Dann geht's auch weiter. Oh! Woher sind drei wir gegen Amtsabok? So soll das jetzt sein. Alles gut. Und Bunyaku! Schönes hier zu Null! Da waren die Braunschweiger noch nie Gedanken in der Kaffeele! Sauber! Nächster Bock! Baumjohann, auch durch, zu dick! Zurück zu Baumjohann, er geht ins Zentrum zu Idrisou! Tippett, auf die linke Flanke zu! Zuck, und er geht weiter mit einem Steilpass zu Idrisou! Boah, Idrisou, das kannst du besser! Und Spielerwechsel, bei Eintracht Braunschweig kommt der Spieler mit Nummer 13! Raphael Korte, vier, sieben! Björn Kluft! Und Bunyaku! Geht auf die rechte Außen! Passt zu Idrisou! Der dreht sich einmal runter und schießt gegen Pfosten! Gute Wett, hat den Konter von Braunschweiger hindert! Und zuck! Komm, mach es! Mach ihn rein! Bunyaku 5-0! Nulllllllllllll! Gute Wett aus! Gute Wett! Leider machen! Englisch hat die Dresden mit 1 zu 0 in Führung, Simon Egnid hat zu hart den Zweikampf, das ist schon gelb und Ecke Braunschweig. Ich denke bei der nächsten Unterfrischung wird es mal Zeit über Wichsel nachzudenken. So, dann weisen wir jetzt mal 3 Wechsel an, die dann zur nächsten Unterbrechung gültig werden. Und weiter. Wie trichst du? Pierre De Witt. Oh, Fehlpass. Das ist ja Braunschweig die Möglichkeit, mal das Spiel schnell zu machen, aber sie kommen nicht vorwärts. Weil das Umschalten der roten Teufel doch ganz gut ist, von Offensive zur Defensive. So soll es auch sein. So soll es auch sein. Ganz vorsichtig in den Zweikampf. Und hier sind die Wechsel. Es kommt zum ersten 35 Julian Derstroff für 39 Hendrik Zuck. Und 7 Mimun Asua für 8 Muramaru Idrisu. Und zu guter Letzt kommt 29 Kwame Ensor für 10 Albert Bunyako. So. Und hier ist die Möglichkeit. Komm, bleib dran. Und die Fans rufen schon. Sieg. Sieg. Die Bestraft. Und die dann. Biz der Stuhltherin. vorbei es gibt die ich mir schon wieder die der konzern gar kein zweikampf mitgegeben bei dem der versaut wieder spiel Der FIFA-Zelf hat schon eine Saison. Ganz eine gelbe Karte. Und ich in einem Spiel schon zwei. Ich bin doch kein Raudi. Nicht meine Spielart. Wie es jetzt so rüberkommt. Auf jeden Fall entstand 15-0. Schiedsicher hat man schön die Freude herangenommen über den Sieg. Das ist eine Verpfeiferei. Und die Endergebnisse von den anderen Partien. Ingolstadt, Dresden 1-0. Ich bin bedient. So, lassen wir mal zum 16. September. Oh, diesmal geht es aber flott. So, das war es dann für heute. Zu Gast beim Energie Cottbus sehen wir das nächste Mal. Morgen kommt der dritte Spieltag vom FC Bayern München. Tschüss, bis morgen.